Audio to go und B&H präsentieren Körpersammler von Spencer Cope Es liest Sebastian Weich 1. 15. Juni, 10.12 Uhr Sie hatte kleine Füße. Ich sage bewusst, dass sie kleine Füße hatte. Zu sagen, sie hat kleine Füße, würde andeuten, dass sie noch lebt. Was sie nicht tut, ich weiß es. Ich weiß es immer. Das ist meine besondere Fähigkeit, meine Bürde, mein Fluch. Die anderen denken, dass wir nach einer vermissten Joggerin suchen, die sich vielleicht verletzt oder verirrt hat, aber bestimmt noch lebt. Ich kann ihnen nicht sagen, dass wir zu spät kommen. Wie sollte ich ein solches Wissen erklären? Sie würden mir ohnehin nicht glauben. Es widerstrebt den Menschen, die Toten aufzugeben. Ich drehe den Schuh in der Hand, betrachte ihn aus jedem Winkel. Er wurde bereits vor meiner Ankunft willkürlich aus ihrem Kleiderschrank ausgewählt, die übliche Vorgehensweise bei einer solchen Spur. Eingehend untersuche ich den Verschleiß der Sohle, die Einkerbungen im Leder, die Anzeichen von Belastung am Riemen, als wolle ich dadurch das Geheimnis entschlüsseln, wie sie gegangen, wie sie aufgetreten ist, wie sie manchmal den linken Fuß fast unmerklich hinter sich hergeschleift hat. In meiner Branche lernt man so einiges über Schuhe. Damenschuhe, Herrenschuhe und leider auch Kinderschuhe. Bei diesem Exemplar handelt es sich um einen Pumps mit Knöchelriemen und siebeneinhalb Zentimeter hohem Absatz. Das Obermaterial Leder, kein Spitzenerzeugnis, trotzdem schön. Ich weiß, dass sie den Schuh vor ungefähr zwei Wochen zuletzt getragen hat, aber das wird nicht in meinem Bericht erscheinen. Können sie ihrer Spur folgen, fragt Sergeant Anderson. Ich nicke, erwidere jedoch nichts. Für mein Publikum, das mittlerweile aus vier Deputies, einem Dutzend Freiwilliger für die Such- und Rettungsaktion und meinem Partner besteht, FBI Special Agent Jimmy Donovan, tue ich so, als würde ich den Schuh weiter untersuchen. Die Wahrheit ist, dass ich nicht wissen muss, wie sie gelaufen ist, welche Gangart sie hatte oder ob sie eher den Fußballen oder die Ferse belastet hat. Aber die Illusion muss aufrechterhalten werden. Newsweek hat mich mal als den menschlichen Bluthund bezeichnet. Ich bin sicher, das hat genau das Bild heraufbeschworen, das man von mir zeichnen wollte, so falsch es auch war. Wenn die nur wüssten, wenn die nur sehen könnten, was für ein Schwindel ich bin. Sie haben gesagt, ihr Mann hat sie als vermisst gemeldet? Wende ich mich an den Sergeant? Gestern Nacht, antwortet Anderson. Ihm zufolge ist sie nach der Arbeit laufen gegangen, wie sie es immer tut und nie zurückgekommen. Das war irgendwann nach 17 Uhr. Und sie könnte nirgendwo anders hingegangen sein? Keine anderen Strecken, auf denen sie läuft? Nicht, dass der Ehemann wüsste. Sie ist immer vorwiegend in der Nähe ihres Zuhauses geblieben. Wo ist der, der Ehemann? Im Haus, er ruht sich aus. Er ruht sich aus? Ja. Er ist die Strecke gestern Nacht viermal abgegangen und hat nach ihr gesucht, bevor er Meldungen erstattet hat. Viermal? Genau. Und heute Morgen ist er den Weg mit uns nochmal entlang gegangen. Ich nehme meine Brille ab und verstaue sie im Lederetui. Dann stehe ich einen Moment lang da und betrachte die Rückseite von Ann Burgers, bescheidenem, zweigeschossigem Haus. Mein Blick folgt ihren Schritten durch die Hintertür hinaus über den Rasen zu dem Trampelpfad aus Erde und Schotter vor meinen Füßen. Die Schritte führen nach Norden und die Abstände vergrößern sich innerhalb der ersten 20 Meter von normalem Gehen zu einem gleichmäßigen Traben. Die Strecke ist ein knapp fünf Kilometer langer Rundweg, erklärt mir Anderson, obwohl man nach den ersten anderthalb Kilometern abzweigen und die Abkürzung zurücknehmen kann, bevor der Weg zum Bowman Summit hin ansteigt. Die Such- und Rettungsmannschaft ist den ganzen Weg dreimal abgelaufen. Er hebt das Kinn und deutet damit auf... ...